Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit mir, dem Drehwerk und unseren Glitzer-Drehwerk, obwohl das Glitzer fehlt. Aber es ist schon ziemlich hell, ja, es ist warm hier, ne? Ist ja auch die Flammenkamm-Steppe. Darum schwitze. Okay, wir waren ja das letzte Mal hier in dieser komischen, ja keine Ahnung, was das ist, Verderbnisschneise, wo wohl ein Drache, ähm, ein Altdrache, so wie ich das mitgekriegt habe, beziehungsweise verstanden habe, ein bisschen Feuer nieder hat prasseln lassen. So, wir wollen jetzt aber erstmal da hinten, was ist denn hier los? Wir wollen dann erstmal da hinten zu dem Herz, was wir da irgendwie ausgelassen haben. Los, steh auf, Feldwebel, Silver. Da liegt noch ein Hauptmann, den nehmen wir auch noch auf. Was ist denn los hier? Oh, hier ein Event? Habt ihr wohl verloren. Ja. Oh no, Lissa, verwirre euch. Du. Okay, du willst... Ich wollte eigentlich nicht mit dir kämpfen. Ich wollte eigentlich nur du. Blöder Hund. Okay. Kein Loot? Kein Loot. Kommst du her? Er kommt her. Oh, nicht runterfallen. Stirb, Felsen, Wauzi. Okay. Nehmen wir hier das Wurzelgemüse mit. Und dann gehen wir einmal... ...hier über die Brücke. Wo ist denn hier das Erz? Erz? Das ist kein Scherz. Wo ist das Erz? Hä? Soll doch irgendwo Erz sein. Oder ist das doch unten? Ich seh' nix? Ah, da. Oh. Erstmal... Erstmal wollte ich sagen... ...da geh' ich mal runter. Bin schon runtergefallen. Irgendwie komm' ich da jetzt wieder hoch. Naja, ich muss ja sowieso in die Richtung. Dann können wir hier auch am Wasser längs... ...können wir noch ein paar Skale mitnehmen. Komm, bleibst du stehen, du... ...Skalhund. Kaputt. Was? Ja, trainiert ihr mal. Ich rette eben eure Soldaten, die hier rumliegen. Könnt ihr die nicht mal aufheben? Nö, trotzdem fast gibt's ein schönes Muster. Achso. Ja. Mua. Jo, bitte. Kein Ding. Jetzt gibt es Aua. Okay. Ja, wenn du das hast. Hier liegen ja noch mehr Leute rum. Was ist denn los mit euch? Hey, bleib doch mal stehen, du. Also. Bitch. Aha, daneben, daneben. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Oh. War das ein Weibchen? Kleing wie weiblich. Du, den nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Okay. Dann geht's mal weiter. Hier hinten ist irgendwo noch so ein Gemüse. Grünkohl. Lecker Grünkohl. Ach, nö. Ich hab nach Grünkohl gerufen. Nicht nach Raptor. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn so für ein komischer Raptor? Warum hast du Flügel? Äh. Federn. Flügel und Federn. Gibt's ja gar nicht sowas. Ja, wir müssen da runter. Wir müssen eben in die Richtung. Einmal Glück. Glück. Nicht, dass es Raptoren überhaupt gäbe. Davon mal ganz abgesehen. Aber darum geht der hier jetzt gerade nicht. Bumm. Oh. Den haben wir. Also die Geräusche sind irgendwie lustig. Ja, kann's aufhören. Alles gut. Ich misse die Geräusche nur, wenn ich das Schwert benutze. Ich benutze mal hier die beiden. Bin ich mal gespannt, ob das da auch ist. Warum sind das jetzt so viele? Mal wieder was anderes benutze. Ah ja, klar. Da, da, da. Okay. Den mal. Huch. So. Oh, kleines. Skorpion-Ding. Ja, das hat wehgetan. Okay. Weg ist er. Hat er nicht noch einer? Ach, da. Und spring. Das dauert ganz schön lange. Darf man sich unterbrechen? Weil ich denke mal, dass man dann weniger Schaden macht, wenn man diese Combo-Attacke unterbricht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Das Herzchen ist in die Richtung. Also irgendwo hier. Ach, hier. Separatisten. War ja klar. Ich bin schon gefragt, wo die sind. Komm. Stirb. So. Da haben wir mal unsere Wautzis dazu. Ah, toll. Der Baum da jetzt. Match. Lass mich in Ruhe. Ja, ich bin bereit, loszuwüten. Aber. So nicht. Junger Freund. Bleib mal stehen. Immer festet Ruf. Auf die Separatisten. Oh, das waren irgendwie zwei. Ach komm. Mädels. Was will ich denn jetzt her? Ah. Okay. Machen wir das mit. Ja. Ja. Wer auch immer ihr seid. Einfach. Sterben. Oh, wartet. Wartet doch mal. Rannt er nicht weg. Aber hier muss ich auf jeden Fall hin. Für die ganzen Quests. Scheinbar. So. Der ist weg. Mir nachklag. Schaut gut zu. Hey. Mich hat keiner erlaubt. Hier irgendwen zu hauen. Stirb. Ja. Auf sein Zeichen. Hätte ich den weggeschleudert. Der war fast tot. Nicht wegschleudern. So. Nu. Was macht ihr beide jetzt hier? Gut. Das war Nummer eins. Ah. Eine Bombe. Okay. Bus. Stop. Das waren alle. Hey. Okay. Gut. Wo sind die jetzt hin? Das wären dann zwei. Okay. Da. Und. Hüpf. Du steigst ab. Okay. Haben wir das auch. Stufeanstieg. Ach. voll daneben. Los. Einmal weg mit dir. Achso. Das war's schon. Okay. Was haben wir hier denn? Helme. Präzision. Da kommt wieder die olle Tussi an. Alle Werte. Kraft. Nehmen wir mal das Kraftding. Da. Da. Achso. Ja. Ihr beweist beeindruckende Fähigkeiten. Mit den Separatisten. Klag zu kommen ist nie leicht. Ich glaube ich habe noch einen oder anderen Trick von euch gelernt. Die Menschen hatten ganz offenbar keine Ahnung mit wem sie sich da angelegt haben. Nur weiter so. Turus Sausefaden. Die haben manchmal einen Namen. Turus Sausefaden. Weiß Bescheid. Was bist du denn von mir? Hä? Los werde ich. Da. Genau. In den Hund. Böse Hunde. Klein böse Dinge. Okay. Hier kann ich schon mal los. Nein. Ich habe es abgebrochen. Trottel. Das ist ziemlich schlecht. So. Los. Heil dich. Dann. Dann. Warte mal stehen. Okay. Weg ist sie. War aber knapp. Das war aber. Oh. Truhe. Truhe. Ein Schwertchen. Und was? Gold. Was? Was haben wir hier noch? Aufmachen. Oh. Falsche Taste. Soldaten. Zu den Waffen. Auf. Auf. Unterfunden. Dann haben wir noch. Eisenherz. Das holen wir uns auch gleich noch. Aber erstmal müssen wir hier die beiden. Soldaten. Ne. Die drei Soldaten. Mitnehmen. Bumm. Bumm. So. Der Hund ist genau reingerannt. Sehr gut. Stiop. Wo war jetzt das Eisen? Nur in der, äh, der Richtung. Kommen. Okay. Kanone. Kaputt. So. Jetzt muss hier irgendwo das Eisen kommen. Da ist es. Okay. Komm mal auf hier mit deinem Kram zuschmeißen. Da 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 da. Los. Fall um. Du auch. Okay. Weg ist er. Die, 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 die. Okay. Das haben wir schon alleine hingekriegt. Ähm. Danke für die Mitte. Jo, bitte, bitte. Immer wieder gerne. Nehmen wir das hier mal mit. So, was hatten wir denn gerade da an der Tasche? Neue Waffe. Oh, geil. Hab ich schon. Kann also weg. Pangen wir erstmal die Sachen hier. In die Taschen. Haben wir hier drin. Noch mehr Krempel. Dat kann weg. Dat. Wieso kann ich das nicht einlagern? Keine Ahnung. Das hier. Kann auch weg. Aber den. In der Geschenkebox. Ach, das müssen wir wegbringen. Hier sind noch ein paar Handwerkswaren. Den Helm. Den setzen wir mal auf. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Was haben wir hier noch drin? Schickes Fleisch. Schickes Fleisch. Okay. Dann nehmen wir das mal eben auseinander hier. So. 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 Und so. Das Glück nehmen wir mit. Und das können wir dann abgeben. Artefakte können weg. So. Ist das glaube ich richtig. Okay. Dann gehen wir als nächstes. Zur Rußstraße. Einfach hier nach. Norden. Oh ja. Ist ja okay. Wo kommt der denn her? Uh. Entschuldigung. Ping. Pong. Ping. Pong. Die Geräusche sind irgendwie witzig mit dem Schwert. Bomben. Das ist wieder die komische Kuh mit ihren Bomben, oder? Wo ist verloben? Geht auch keine Bomben. Ich dachte. Hallo. Jo. Okidoki. Hier ist ein Kleidungsbestück, äh, Bestück, Stück, Kleidungsstück, Tier, so. Kleidungsbestück, Stück. Hä? Okidoki. Hier haben wir die Wegmarke. Da hätten wir noch ein bisschen Eisen. Nee, Gold. Das ist glaube ich das Gold, was wir vorhin gesehen haben, als ich gesagt habe, dann müssen wir noch hin. Ja. Ach, komm. Ihr wisst doch beide, dass ihr nicht gewinnen werdet, oder? Ok. Aber diese, ähm, langen Kombos hat man scheinbar nur bei Zweihandwaffen, habe ich das Gefühl. Oh, ich habe das falsch im Gefühl. Kann natürlich sein. Neu, sie wendet in die Nähe. Ja, ich habe auch neu, sie wendet in die Nähe. Fälle diesen Baum. Bum, 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 oh. Ok. Der macht schon ordentlich schaden. So. Ach nö, komm Wauzi. Geh weg. Musik ist ja sehr himmlisch hier. Irgendwie nicht passend. Gerade. Zu der Gegend. Ok. Da haben wir einen Spieler. Wo müssen wir denn jetzt hin? Eigentlich müssten wir wieder ganz zurück hier hin. Und dann hier oben rum wieder hier zurück zu gehen. Oder wir gehen erst hier hoch. Gehen wir erst hoch. Was ist denn hier los? Ok. Na, Jungs. Und. Bumm. Wir spielen jetzt Guild Wars aus der Seitenperspektive. Ein Side-Scrawler. Nein. Ein Side-Scrawler. Man nannte es auch mal Beat'n'up. Wie heißt das? Super Mario Smash Brothers. Aua. Wann ich nicht, du. Komisches Vieh. Ah.